Einen wunderschönen guten Nachmittag zum Livestream US Opening Bell heute am 29.04.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wie gewohnt auf dem Kanal von JFD und wie gewohnt natürlich primär mit dem Blick auf die US-Märkte hier am Nachmittag, die nach wie vor stark sind. Nach wie vor fühlt man sich ein wenig wie ein Papagei, der hier fast tagtäglich alles wiederholt. Denn wir sind natürlich seit Wochen und Monaten hier grundsätzlich im Aufwärtstrend. Haben zwar zwischendurch auch mal Tage gehabt, wo erstmal der Start der US-Märkte nicht ganz so stark war, aber wir sind auf Allzeithochniveau. Wir haben heute weitere Allzeithochs ausgebaut, hatten ja den Schlusskurs am Freitag auf Allzeithochniveau und sind jetzt hier schon weiter auf dem Weg. Gen Norden 2950 im S&P ist hier ein realistisches Ziel, was erstmal zumindest diese Woche angelaufen werden kann. Zumindest habe ich es auch in der Trading-Wochenanalyse und für meine grundsätzlichen Gedanken so anvisiert. Und als nächster Bereich dann 2975 können wir auch gerne nochmal darüber sprechen, wie findet man denn jetzt Bereiche, die hier als nächstes realistisches Ziel in Frage kommen. In Zeiten, wo wir noch nie oder in Bereichen, wo wir grundsätzlich ja noch nie waren. Wir blicken erstmal ganz kurz auf den Risikohinweis, bevor wir durchstarten, auf die Märkte zu blicken. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst. Dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere und vortrade, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbank.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Und wir switchen als allererstes erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag an dieser Stelle. Wir switchen als allererstes natürlich erstmal auf den S&P, der jetzt gerade in den letzten Minuten so ein bisschen zurückkam. Vor ein paar Minuten mit der US-Markteröffnung waren wir hier auf dem Weg in Richtung neuer Allzeithochs. Wir hatten hier wirklich, Moment, den Ball oder die Kerze wirklich auf Hochniveau. Wenn wir jetzt mal auf den 5-Minuten-Chart schauen und hier natürlich dann auch auf die aktuelle Situation, sehen wir, dass wir in den letzten 10 Minuten jetzt hier schon wieder leicht nach unten kommen. Aber grundsätzlich waren wir hier direkt mit der US-Markteröffnung stark. Neue Allzeithochs und jetzt ist der Markt erstmal auf extrem hohem Niveau, minimal auf dem Weg gen Süden. Auch hier der Dow Jones aktuell unterhalb des 22 Uhr Schlusskursbereiches, unterhalb des aktuellen Eröffnungskursbereiches, aber natürlich auch auf mal verhältnismäßig hohem Niveau. Schauen wir hier auf den Tagesschart. Moment, auch hier erstmal wieder angepasst. Sehen wir, dass auch der Dow Jones im Prinzip nicht mehr weit weg ist von seinen Allzeithochs, die da hier oben rangieren. Und wir sind da auch sehr, sehr nah an den Allzeithochs. Noch nicht dran. Ja, S&P, Nasdaq noch weiter vorne, ist hier schon auf Allzeithochniveau gewesen. Beziehungsweise immer noch in diesem Niveau, aber der Dow Jones aktuell noch nicht. Also wir haben starke Märkte. Wir kommen jetzt hier leicht zurück. Und wir wollen natürlich erstmal primär ähnlich, wie es dann heute Morgen auch im DAX der Fall war, nach Launch-Setups suchen. Allerdings auch, und das hat uns heute Morgen ja nicht gerettet. Es wäre trotzdem ein Breakout, entschuldigt, auf der Nordseite wäre heute trotzdem wahrscheinlich ein Break-Even-Trade gewesen. Aber mein Gedanke war es ja heute Morgen eben im DAX nicht zu aggressiv zu agieren. Opening-Range-Breakout auf der Nordseite wollte ich nicht handeln, weil einfach der nächste Zielbereich, der nächste Widerstand nicht so weit weg war. Schauen wir uns gleich an. Der wurde punktgenau getroffen und dann kamen erstmal ein etwas stärkere Rücksetzer. Und dann kamen die Trigger oder die Kaufbedingungen kamen dann etwas später. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Ich werde auch heute mit euch mal auf den Heiken Aschi-Chart schauen, den man durchaus als Trigger-Methode nehmen kann. Das wollte ich ja diese Woche ab und zu mal machen in den Märkten, dass man hier den Heiken Aschi-Chart eventuell als Trigger-Methode mit einpflegt. Werden wir uns anschauen gleich mal. Grundsätzlich, wie gesagt, bin ich jetzt nicht abgeneigt, den Markt, auch den S&P bzw. den Dow Jones zu kaufen, aber möchte hier eben doch so ein bisschen Rücksetzer sehen. Es wäre ideal, wobei das schon fast ein wenig zu stark wäre, wenn der Markt hier nochmal den Bereich um die Marke 3450, Pi mal Daumen 3460 nochmal testet, um dann von hier aus direkt weiter gen Norden zu laufen. Wir hatten das am Freitag ja gemacht, der Markt kam zurück. Genau das ähnliche Szenario und dann haben wir ihn sehr, sehr gut erwischt und konnte ihn dann bis zum Abend ja auch auf der Nordseite handeln. Das war in der US-Opening-Bell am Freitag, wo wir diese Position eingegangen sind. Wir haben über das entsprechende Risiko gesprochen, über die Chancen gesprochen auf der Nordseite. All das hat eigentlich mit diesem Trade relativ gut funktioniert und genau sowas möchte ich jetzt in dieser Art eigentlich wiedersehen. Ich möchte jetzt auch hier nicht heute am Montag direkt den Breakout auf der Nordseite handeln. Das kann natürlich in den US-Märkten etwas, oder steht man mit dieser Idee eigentlich etwas sicherer da als im DAX, aber grundsätzlich, weil wir da so sehr, sehr, sehr stark sind und auch der Markt, wenn er jetzt auf kurzfristiger Ebene neue Hochs ausgebaut hat, erstmal immer nicht so extrem weit gelaufen ist, möchte ich jetzt hier oben nicht diesen Breakout als ein Einstiegssignal haben, sondern entsprechend auf einen Rücksetzer warten. Und da kann man natürlich auch, wer eben aggressivere Einstiege mag, und das ist jetzt auch ein Bereich, den ich mir natürlich erstmal anschaue, warte ja jetzt dann immer bis 16 Uhr, wie verhält sich der Markt? Aber im S&P wäre es natürlich dieses Allzeithochniveau, wo wir am Freitag dann zusätzlich auch nochmal den Schlusskursbereich hatten, denn am Freitag bin ich zwar hier ausgestiegen, das war schon sehr, sehr hoch, aber dann ist der Markt doch tatsächlich, wir sind ja hier in einem 5-Minuten-Chart, in der letzten Handelsstunde nochmal ein ganzes Stück hochgelaufen und hat dann in diesem Schlusskursbereich oder an diesem Allzeithochbereich geschlossen. Das war die rote Linie, die wir hier mal so ganz grob eingezeichnet hatten. Also er ist dann sogar nochmal so eine Nuance weiter höher gegangen und somit ist natürlich dieser Bereich jetzt auch sehr, sehr wichtig. Zum einen Schlusskursniveau von Freitag, zweitens das alte Allzeithochniveau und von daher ist natürlich auch von hier ein Test und dann wieder die Reise weiter in den Norden. Ich habe heute so einen trockenden Mund, Moment, ich muss mal einen kleinen Schluck trinken. So, entschuldigt. Ist das natürlich auch denkbar. Also das sind jetzt so die zwei Punkte, da einmal und dann hier einmal unten, welche mich jetzt interessieren, um Käufe zu platzieren. Wir können dann gleich auch nochmal über Stop-Gelegenheiten sprechen oder über Stop-Größen sprechen. Schauen wir uns das Ganze im Dow Jones an. Jetzt mal die Trades rausnehmen hier, die ein paar hier drin sind. Zack. Der Cash Close, den sehen wir gleich, wenn wir auf Stundenbasis gehen. So, also hier sind wir ja auch vergangene Handelswoche erstmal so ein bisschen stärker gen Süden gekommen. Wir erinnern uns auch hier, dass seit langem, seit extrem langer Zeit hier ja dann auch schon mal so ein Gap auf der Unterseite stattfand. Ihr erinnert euch, da hatten wir am Donnerstag drüber gesprochen, dass mit der Markteröffnung am Donnerstag wirklich eben mal eine Lücke gen Süden sich eröffnete. Diese allerdings nicht in diesem Ausmaß sich im S&P dann auch noch widerspiegelte. Auch in der Nasdaq war das nicht so stark offensichtlich. Ja, und logischerweise ist der S&P natürlich, da wir ja schon neue Hochs ausbauen, hier dann eben schon wieder über diesen charttechnischen Punkt drüber hinweg. Der Dow Jones, der ist hier noch so ein bisschen zögerlich. Wir haben ihn zwar auch aus diesem Bereich hier schon wieder, sind schon wieder in den Norden gelaufen, haben allerdings diesen Schlusskursbereich hier vom Mittwoch noch nicht getestet. Zumindest definitiv noch nicht in der Nebenhandelszeit. Und jetzt ist es natürlich zum einen denkbar, dass wir hier hinlaufen. Also dieser Bereich, dieses Gap Close, zusätzlich der Bereich hier der Bewegungshochs, das sind jetzt erstmal realistische Zielbereiche und natürlich, dass der Dow Jones dann auch grundsätzlich weitere Hochs ausbauen kann. Also hier haben wir so ein paar Bereiche, die interessant sind für Käufe. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde hier auch ganz gerne so einen Rückläufer noch sehen wollen. Das ist so in etwa die 80, die 480 Pi mal Daumen. Wie würde das Bild dann aussehen? Aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Ein wenig überlappend. Wir haben hier zwar in der Nebenhandelszeit schon mehr oder weniger diesen Hochbereich getestet. Würde aber hier nochmal so einen zweiten Schwung auf der Abwärtsseite ganz gerne sehen wollen, weil einfach dann wirklich Kraft getankt wird vom Markt. Und wie gesagt, ich will natürlich hier idealerweise in den Konsolidierungen einsteigen. Und ja, wenn der Markt das macht, dann haben wir denke ich recht gute Karten und natürlich sehr, sehr schöne Chance, Risikoverhältnisse, hier dann eben diesen Long-Gedanken im Dow Jones umzusetzen, da wir dann in den ersten, nicht so ganz unwichtigen Bereich um die Marke, ja gut 600, ja, da haben wir dann schon mal 120 Punkte. Und dann als nächstes hier oben in diesen Bewegungshochbereich, Jahreshoch, es ist Jahreshochbereich, doch ich glaube es ist auch Jahreshochbereich, um die Marke 700, ja, da haben wir dann eben 220 Punkte. Und das ist natürlich eine schöne Chance, die wir hier idealerweise nutzen können. Schauen wir mit dem Kauf jetzt im aktuellen Niveau, hätten wir mit dem Lauf in Richtung dieses, was hatten wir hier, 600er Bereiches. Das ist zwar auch interessant, das sind so 60, 70 Punkte. Das ist auch interessant, aber es ist mir aktuell nicht interessant genug. Ja, klar, der Markt kann jetzt hier direkt weiter nach Norden laufen. Wenn er das macht, dann warte ich halt ab und steige dann später ein. Versteht man manchmal nicht so, aber dann würde ich sagen, okay, der Markt soll dann hochgehen, soll diesen Bereich hier nochmal testen, um dann auf der Nordseite einzusteigen, ja. Also quasi im, ja, etwas höher ist zwar immer blöd, warum steigt man höher ein, wenn man jetzt noch den günstigeren Kurs bekommen würde, ja, aber die Begründung ist, dass ich jetzt erstmal noch auf noch günstigere Kurse warte und wenn er mir das eben doch nicht zeigt, dass ich dann eben notfalls später nochmal immer eine Chance bekomme, einzusteigen mit dem Gedanken, dass wir dann in den Hochbereich laufen beziehungsweise neue Bewegungshochs ausbauen. Ja, das jetzt so die Gedanken im Dow Jones und S&P. Aktuell passiert da allerdings noch nicht viel, also weder auf der Nordseite noch auf der Südseite. Der Markt ist relativ verhalten und das hatten wir ja auch erstmal heute Morgen im DAX. Da blicken wir jetzt mal drauf, um nochmal den DAX heute Morgen so ein bisschen einzunorden. Also, der Gedanke war, wir gehen mal auf den 15-Minuten-Chart, der Gedanke war ja früh am Morgen zusammen im Livestream, jetzt muss ich nur mal kurz schauen, wir sehen es hier leider nicht so genau. Wir hatten ja mit um 9 Uhr mal kurzzeitig so ein wenig Schwäche. Ja, das ging dann, ich glaube bis hier hin, ja, diese Kerze, die ging kurz runter. Hier kamen wir kurz schon fast in den Kaufbereich rein, ja. Allerdings kam er nicht bis nach unten, da habe ich gesagt, okay, ich bin hier erstmal konservativ. Ich wollte auch nicht diesen Breakout auf der Nordseite handeln. Man hätte zwar in den nächsten Zielbereich, das waren 30 Punkte, 30 Punkte, wir sind 37 auf, ja, also 40 Punkte wären es gewesen. In den nächsten Zielbereich, in den nächsten Widerstandsbereich, das war mir persönlich zu wenig, auch generell zu aggressiv für einen Montagvormittag, hier direkt den Breakout auf der Nordseite zu handeln. Der Markt lief dann auch nur, in Anführungszeichen, da sind ja trotzdem immerhin 40 Punkte gewesen, in den 3,76er-Bereich, um dann doch nochmal so ein bisschen Gas nach unten aufzubauen. Und dann hatten wir ja hier unten einen Kaufbereich. Aber mein Gedanke war es hier nicht, mit einem Limit zu kaufen. Moment, ich mache mal einen Kreis jetzt draus. Mein Gedanke war es hier nicht, an diesem Unterstützungsniveau per Limit zu kaufen, sondern per Trigger. Können wir gleich drüber sprechen. Nächster Kaufbereich war hier unten, in dem Bereich 284. Und wir haben ja grundsätzlich gesagt, dass wir selbst darunter noch übergeordnet in Kaufbereichen sind. Schaut euch gerne dazu die Trading-Wochenanalyse an, wo ich eben die Kern-Unterstützungsniveaus mir anschaue, die für mich wichtig sind. Und wir hatten heute Morgen primär diese zwei Bereiche, die jetzt orange eingekreist sind, als interessante Unterstützungsbereiche für eventuelle potenziale Kaufgedanken. So, und jetzt kam hier, schaut euch das an. Wir hatten hier, und da gab es diverse Möglichkeiten, wie man in den Bereichen mit Triggern arbeitet. Hier, das können wir uns auch gleich auf dem 5-Minuten-Chart anschauen, wir können uns das auf einem Minuten-Chart anschauen. Der erste Test hier dieses Unterstützungsniveaus um die Marke gut 300. Hier kam kein Trigger. Hier kam keine Sequenz, die sich selbst auf einem Minuten-Chart, steigender hoch, steigender tiefs. Nein, der Markt ging mit Momentum nach unten. Ganz kurz ging es mal kurz so hoch, und dann ging es aber direkt weiter nach unten. Also hier kam für mich persönlich absolut kein Trigger. Selbst für diejenigen, die hier halt aggressiv eingestiegen sind, naja, die haben dann hier notfalls ein paar Pünktchen um die Ohren bekommen. So, und dann kam hier unten der Bereich. Interessant in Frage. Und man kann hier wieder solche Gedanken, die wir es öfteren haben, so sich zusammenziehen, eine Schwankungsamplitude, Trigger-Konzepte, dass sich eben eine Sequenz steigender hochs und steigender tiefs ausbaut. All das, was wir uns immer besprechen hier in den Livestreams, all das, mehrere Szenarien, kamen hier unten dann zum Tragen. Und entsprechend, hier hat sich die Schwankungsamplitude so ein wenig zusammengezogen. Ja, eine Sequenz steigender hochs, steigender tiefs bildete sich aus. Und das sehen wir eben nicht nur im 15-Minuten-Chart, das kann man sich im Endeffekt auch im 5-Minuten-Chart anschauen. Können wir hier hingehen. Ja, schaut euch das im 5-Minuten-Chart an. Hier unten, hier kommt nochmal, wird das Tief nochmal kurz rausgenommen und dann baut der Markt hier langsam eine Sequenz steigender hochs und steigender tiefs aus, zusätzlich in dem Bereich des Unterstützungsniveaus. Somit hat man hier definitiv dann, egal wo man eingestiegen wäre, wenn man nur hier in den ersten Schwung reingeht, ja, oder in den zweiten Schwung oder gar erst in dem Breakout hier nach oben raus, egal was man macht, Stop-Chart-technisch, natürlich hier irgendwie unter die Tiefpunkte. Das Risiko passte. Das sind keine 20 Punkte, das sind in etwa 15 Punkte Risiko, selbst wenn man sich sagt, okay, das ist mir alles ein bisschen groß, der zweite Einstieg hätte sogar noch hier einen Stop gerechtfertigt in diesem Bereich, weil das passte dann mit der ATR. Ja, schaut dann im Endeffekt auf die ATR, an den Punkten, wo ihr einsteigt, wie groß ist die ATR, was sagt mir die ATR, wie groß soll in etwa der Stop sein, können wir gleich mal vergleichen. Wir sehen, dass hier im zweiten Schritt die ATR sogar etwas kleiner ist, wie im ersten Schritt, bedeutet im ersten Schritt durchaus mit etwas größerer ATR arbeiten. Warum kommt die zustande? Klar, weil hier die Bewegung so stark im Süden ging. Also, dass immer die ganzen Punkte, die wir Tag ein, Tag aus hier besprechen, die muss man dann einfach nur zusammenfügen. Ja, klar, das kann auch schief gehen. Aber in dem Fall hat man hier auf jeden Fall erstmal, ja, wenn der Markt hier neue Tiefs ausbaut, klar, wird man ausgestoppt. Wenn der Markt unter dieses Tief läuft, klar, wird man ausgestoppt. Aber mit einem überschaubaren Risiko. Und dann haben wir hier auf jeden Fall erstmal eine interessante Chance. Zielbereiche sind immer Schlusskursbereiche, Zielbereiche sind immer Eröffnungskursbereiche. Auch kann man, wobei das von da unten schon wieder sehr sportlich ist, natürlich auch die Bewegungshoch des Tages annehmen. Aber hier aus dem 285er-Bereich in dem 76er-Bereich, das sind 90 Punkte. Das ist eine Bewegung, die kann der DAX durchaus machen. Aber aktuell haben wir etwas geringere Tagesschwankungen. Die Volatilitäten gehen nach unten. Also man sollte dann nicht immer zu aggressiv mit den Zielfindungen sein, aber durchaus auch nicht ganz so unrealistisch, dann eben solch Annahmen zu treffen. Auf jeden Fall aktuell sollten solch Bewegungen hier mindestens Break-Even abgestoppt sein. Oder aber verschiedene Stop-Punkte, die ich dann hier je nach Zielwahl nehmen würde. Zum einen ist es dann hier dieser Tiefpunkt, dann ist man noch unterhalb des Unterstützungsniveaus, was ganz interessant ist. Vielleicht sogar hier den Bereich eben unterhalb des Unterstützungsniveaus. Idealerweise läuft der Markt halt dann eben, ohne dann hier nochmal drunter zu schauen, weiter nach oben. Und man ist hier mit solchen Positionen mit dabei. Also das hatten wir uns heute Morgen angeschaut. Und wir schauen gleich nochmal auf den entsprechenden Trigger per Heiken Aschi. Ich schaue jetzt nur nochmal kurz über die US-Märkte, nicht, dass wir hier eventuell eine potenzielle Chance verpassen. Kaffee, Bistro, Bagatelle, der Rainer, schreibt Hallöle und Trotz reichlich Regen. Einen schönen Nachmittag wünscht der Rainer. Bei mir ist Gott sei Dank hier der Regen vorbei. Die Sonne ist schon wieder draußen. Heute Vormittag hatten wir etwas Regen. In der Nacht hatten wir Regen. Hier scheint schon die Sonne. Also all diejenigen, die jetzt noch Regen haben, es sieht nicht so schlecht aus. Es könnte sein, dass auch bei euch bald die Sonne wieder scheint. So, Daxmex schreibt und fragt, Denkst du, der Dax läuft heute noch? Fragezeichen. Hierzu eine Beobachtung, auch angeschnitten in der Trading-Wochenanalyse. Wir bleiben mal ganz kurz bei den US-Märkten. Ich will nur mal kurz hier nochmal drüber schauen. Jetzt sind wir hier wieder oberhalb des Eröffnungskurs- und Schlusskursniveaus. Das liegt ja im Dow Jones alles auf einem Level. Ich würde jetzt erstmal abwarten wollen. Gucken hier. Wie gesagt, so ein bisschen tiefer wäre halt eigentlich interessant. Mal schauen, wie der Markt jetzt mit dem Gap-Close hier oben umgeht. Also ich bin hier erstmal noch konservativ eingestellt. Mal schauen, wenn der Markt hier hinläuft. Idealerweise kommt er dann nochmal zurück. Und vielleicht baut er hier auch so eine sich zusammenziehende Schwankungsamplitude auf. Sowas, was wir eben ähnlich ja auch schon mal hatten. Dann haben wir vielleicht dann nochmal eine Möglichkeit zu kaufen. Mal gucken. Da kommen ja oft diverse Möglichkeiten, vielleicht noch zu agieren. Ich bin erstmal konservativ. Euro, US-Dollar. Da wird es jetzt interessant. Also den habe ich jetzt schon etwas enger auf der Watchlist. Überlege ich schon fast zu verkaufen. Vielleicht sogar mit Unterschreiten hier dieser Kerze. Denn Gold kommt schon mal nach unten. Habe ich leider etwas verpasst. Ich wollte hier... Da war ich wieder in einer Nuance zu defensiv. Aber da bin ich jetzt heute aktuell noch nicht böse. Aber sehen, vielleicht kommt der Markt nochmal in meinen Kaufbereich. Ich wollte hier, dass der Markt nochmal ein Stückchen weiter Richtung 82 läuft. Lag allerdings knapp unterhalb hier dieses Widerstandes 82. Sie lag hier in dem Fall in der CFD-Indikation direkt auf der 82, um zu verkaufen. Der Gedanke war ja zu verkaufen. Dann ging der Markt hier erstmal unter die 78. Knapp unter die 78. Das ist erstmal schon eine erste schöne Bewegung. Aber mal schauen. Ich denke, hier sind alle Messen noch nicht gesungen. Dann habe ich weiter auf der Short-Liste und will ich immer noch einsteigen. Auf der Abwärtsseite hatten wir ja heute Morgen besprochen. Ähnlich gilt es hier für den Euro-US-Dollar. Eigentlich wäre auf jeden Fall noch so ein Setup für mich jetzt aus aktueller Sicht, wenn wir hier nochmal sogar so ein bisschen Stärke sehen und dann von hier aus nochmal den Weg gen Süden fahren. Aber ich würde jetzt hier vielleicht sogar mit einem etwas aggressiveren Setup arbeiten, und wenn der Markt hier diesen Tiefbereich nochmals nach unten unterschreiten sollte, wäre das gegebenenfalls auch für mich ein Punkt, wo ich gerne einsteigen wollen würde. Um einfach hier etwas aggressiver der aktuell laufenden Abwärtsbewegung zu folgen. Wir sind ja abwärts, aufwärts, abwärts, aufwärts. Und idealerweise kommt jetzt der nächste nicht so unerhebliche Schwung auf der Abwärtsseite. Wir bauen auf jeden Fall jetzt hier so ein bisschen Schwäche auf. Und von daher ist es hier nicht unrealistisch, dass wir das dann eben auch nochmal weiter gen Süden tätigen. Somit hiermit auch zwei Überlegungen, wie man in den Markt reinkommt. Und da können wir hier dann auf dem 15-Minuten-Chart schauen. Da kann man auf dem 5-Minuten-Chart schauen. Wobei, Moment. Moment. Einen Moment. Ja, also hier, wenn man sich das anschaut, wäre dieses Tief hier. Kurz durchgeswitcht. Das ist die Marke, müsste so 45, 44, 45 sein. Das ist so die Trigger-Linie. Also wenn man dort hinkommt, in dem Fall ist es dann schon so eine Art Breakout. Dass man hier so eine Bestätigung bekommt. Und idealerweise geht es dann hier direkt mit ein bisschen Schmackes zur Sache. Das kann durchaus heute noch passieren. Gold kommt ja schon so ein bisschen da unten. Das sind ja grundsätzlich jetzt so ein bisschen zumindest positiv korrelierende Märkte. Nur geht trotzdem im EURUS-Dollar defensiv heran. Würde für mich bedeuten, wenn der das in der nächsten Stunde nicht macht oder eigentlich bis 17 Uhr, dann lasse ich es für heute. Dann können wir uns morgen den EURUS-Dollar wieder von vorne anschauen. Und vielleicht kriegen wir da sogar noch bessere Kurse. Müssen wir mal schauen. Also das jetzt nochmal ganz kurz. Der Blick darauf. Jetzt kamen wir hier mal nach unten gerade. Da müssen wir jetzt mal drauf schauen. Moment. Ja, die Reaktion nach unten kam jetzt hier schon. In meinen eigentlich interessanten Kaufbereich im S&P. Schauen wir mal. Wie der sich jetzt hier unten verhält. Also wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen etablieren können, bin ich durchaus gewillt, gegebenenfalls den S&P zu kaufen. Und Dow Jones. Ja, da müssen wir mal schauen. Da passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Ähm. Wie gesagt, dem würde ich ja eigentlich lieber noch ein kleines Stückchen tiefer sehen wollen. Ja. Schauen wir mal. Also wir warten mal noch so 5 Minuten, 6 Minuten, 7 Minuten ab, wie sich das ganze Bild verhält. Wir gehen mal nochmal auf den DAX. Und wir sprechen nochmal hier unten über diese Situation. Ja. Bezüglich Trigger-Konzepte. Und gehen mal auf den Heiken Aschi-Chart. Den habe ich schon mal voreingestellt. Und gehen mal hier auf den 5-Minuten-Chart. Und wer sich schwer damit tut, in entsprechenden Zielbereichen oder grundlegend, hatten wir ja gesagt, wenn der Markt nach unten kommt. Ja. Wir bleiben mal hier beim heutigen Tag. Und ich kreise den mal so ein bisschen ein, dass wir so Pi mal Daumen wissen, wo jetzt hier der 8-Uhr-Kurs ist. Das ist hier ungefähr hier vorne irgendwo. Moment. Moment. Ich will mal den ganzen Tag einkreisen. Ganz grob ist das jetzt hier der heutige Tag. Und wir hatten ja heute Morgen dann in etwa an der 300, das war hier, im Prinzip diesen Trigger-Bereich, wo ich gesagt habe, okay, wenn der getestet wird, würde ich ganz gerne die Long-Seite handeln wollen. Und der kam halt, das kam es eben nicht dazu. Der Markt drehte schon so ein bisschen vorher. Klar, man hätte auch schon da einsteigen können. Wie gesagt, das ist einfach immer so mein Gefühl. Aber hier kam es nicht dazu, dass ich gehandelt habe. Und den Breakout, was natürlich dann wenig mit Heike und Asche in dem Fall zu tun hat, den hatte ich ja dann auch nicht gehandelt. So. Und jetzt kam der Markt aber wieder zurück. Und das ist das, was ich meine. Schaut mal. Wenn man gewisse Trigger-Konzepte verwendet, kam hier kein Wechsel auf Grün. Sondern der Markt blieb rot. Auch wenn er in diesem Bereich, den ich erstmal als wichtig angedacht habe heute, mal so kurzzeitig zum Stehen kam. Und dann kam hier der nächste Schwung auf der Abwärtsseite. Und dann schaut mal. Nachdem der Markt hier dann nochmal die Bewegungstiefs rausgeholt hat, kam hier dann im Prinzip... Der erste Einstiegspunkt, den der Heike und Aschi-Shart gibt. Hier kam das zweite Trigger. Hier kam der dritte Trigger. Also selbst wenn man sich da eben schwer tut, dann das, was ich immer mache. Gucken, wann fängt sich der Markt. Sich zusammenziehen, eine Schwankungsamplitude. Alles, was ich da dann immer so erzähle, wo ich raufschaue. Das ist im Endeffekt nichts anderes, als würde man hier zum Beispiel so einen Heike und Aschi-Shart nehmen. Wir hatten dazu auch schon mal ein Webinar gemacht vor... Ich glaube, es war sogar letztes Jahr. Wir können das gerne nochmal tun, dass wir da nochmal so ein bisschen mehr drauf rumhacken. Aber wer in diesem Bereich hier unten oder grundsätzlich... Das war ja so dieser 74 bis 85er Bereich, also diese komplette Zone hier unten. Wer hier Long-Signale sucht, der kann sich zum Beispiel dann auch entsprechend sich des Heike und Aschi-Sharts bedienen. Denn hier kamen im Endeffekt drei Signale. Egal, welches man davon genutzt hätte, man wäre halt in dieser angedachten Bewegung gen Norden auf jeden Fall mit dabei gewesen. Also das hier nochmal dazu und auch gegebenenfalls heute Morgen hier der Gedanke gen Norden. Man muss nur darauf achten, diese Heike und Aschi-Darstellung, die ist nicht ganz 100% mit den Kursen. Ja, das ist ja im Endeffekt eine geglättete Darstellung des eigentlichen Kurses. Also hier, das ist auch nicht der heilige Gral, aber es ist auf jeden Fall eine Herangehensweise, die man nutzen kann. Und die kann man jetzt zum Beispiel, könnte man jetzt auch im S&P nutzen oder im Dow Jones nutzen. Dass man jetzt hier sagt, okay, wenn sich der Markt so ein bisschen fängt, gerne auch auf eine Minutenschart, dann würde man hier entsprechend dann auch, ich habe jetzt nur den Dow Jones gerade nicht, das kann man aber in der Woche jetzt nochmal einstellen. Dann kann man sich hier auch auf Basis dessen im Prinzip Einstiegsträger suchen und Einstiegsträger dann eben produzieren quasi. Ja, aber Montan beim DAX, der bewegt sich in einer Range von 10 Punkten. Ja gut, genau, das wollten wir nochmal besprechen, DAX-Mech. In der Trading-Woche-Analyse angesprochen bezüglich des DAXes, da war in der letzten Woche am Nachmittag, spielte absolut keine Musik mehr. Moment, ich suche mal kurz hier. Also, schauen wir uns mal die Nachmittage an. Also, wir haben es hier, Moment, ich zeichne mal die letzten Tage nach mit DAX ein. Moment, Moment, Moment. Wir hatten ja nur quasi vier Handelstage. Das ist eins, zwei, drei. Na, wir kriegen es nicht ganz alles drauf, aber das Prinzip, was der DAX aktuell zeigt, das kann ich zeigen. Wir haben es hier im Nachmittag, so dieser Bereich. Wir haben es hier so in etwa nachmittags, immer ab Start, orangener Bereich. Wir haben es dann Pi mal Daumen hier im Nachmittag und wir starten ja jetzt hier gerade in den aktuellen Nachmittags, in die Nachmittags-Session, also wenn die US-Märkte quasi Pi mal Daumen aufmachen. Und was fällt hier auf? Ja, wenn man sich die Bereiche anschaut, wo ich den orangenen Strich gemacht habe, also so ab 14, 15, 15.30 Pi mal Daumen, ich habe es jetzt wirklich ganz grob gemacht, es fällt grundsätzlich auf, dass sich der Markt wirklich im Verhältnis zu den vorherigen Vormittagen von der Schwankungsamplitude sehr, sehr gering bewegte. Ja, das hier, ganz grob, also wie gesagt, nagelt mich jetzt da nicht so drauf fest, aber das sind hier im Endeffekt so die Nachmittage und es kann jetzt eben durchaus sein, dass jetzt auch der heutige Nachmittag in so einer relativ engen Range vonstatten geht, weil es einfach die letzten Tage auch so war. Und warum soll das anders sein? Ich versuche wirklich, solche Dinge immer heraus zu kristallisieren, aus dem letzten Tag, aus den letzten Tagen zu lernen, aus den kurzfristigen, mittelfristigen Trends zu lernen, aus den Schwankungsamplituden zu lernen, wie macht der Markt, wie läuft der Markt nach oben, wie läuft der Markt nach unten. Und das ändert sich ständig. Aber wenn man sich dort eben entsprechend, ja, auch an den kürzlichen Vergangenheiten richtet, dann steht man eben oft nicht ganz so schlecht da. Und wenn sich dann eben heute vielleicht doch auf einmal wieder Bewegung zeigt, ja, große Schwankungen aufkommt, nehmen wir mal einen Pfeil, heute dann doch wieder große Volatilität, auch jetzt zum Nachmittag aufkommt, das morgen dann auch wieder passiert, ja, dann ist natürlich diese Beobachtung erstmal wieder Adapter zu legen. Aber solange es ruhig bleibt, und aktuell sieht es auch hier heute ruhig aus, solange gehe ich erstmal vorsichtig von ruhigeren Fahrwassern aus, was da einfach bedeutet, ich will jetzt nicht den DAX handeln, sondern wenn dann die US-Märkte, so wie wir es dann auch vergangene Woche Nachmittag dann im Prinzip gemacht haben. Das kannst du gerne machen, DAX-Mack, wenn du hier auf der Long-Seite unterwegs bist, oder aber, du bist ganz cool, und sagst, pass auf, je nachdem, wo du eingestiegen bist, an der Stelle, wenn der Markt, vielleicht hast du hier unten wirklich den schönen Einstieg bekommen, so an der 85, und bist ja dann eigentlich erstmal recht gut dabei für den heutigen Tag, und man kann jetzt auch durchaus sagen, wenn man auch vielleicht von der Kapitalkurve her relativ gut dasteht, das ist ja auch natürlich immer noch so ein wichtiger Punkt, bei 74 sogar Long, das ist ja noch ein Stück tiefer, also ist ja eigentlich ein perfekter Einstieg für den heutigen Tag, wenn man die 12.274 als Einstieg hat. Was spricht dann dagegen, wenn ich grundsätzlich gut dastehe, und jetzt nicht irgendwie seit Wochen nur negativ, 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 dann bin ich natürlich auch jemand, der sagt, okay, dann sollte man jetzt eben den Trade, den man hat, vielleicht auch nicht bis zum Endlosen laufen lassen, beziehungsweise dann eben auch schon mal so ein bisschen Break-Even abstoppen, im Gewinn abstoppen, aber wenn man grundsätzlich ganz gut dasteht, dann kann man ja grundsätzlich jetzt auch mit so einem halbwegs gut, oder nicht halbwegs, sondern für heute gesehen, für einen guten Einstieg, einfach so einen Trade mal laufen lassen, mit dem Gedanken, dass wir morgen vielleicht direkt weiterlaufen, gar nicht mehr die Chance bekommen würden, hier irgendwo einzusteigen, und dann einfach so einen Trade mal laufen lassen. Notfalls wird man halt in der Nacht ausgestoppt, wenn doch alles wieder nach unten kommt, ja, aber wäre mal eine Überlegung. Ja, das sind eben so Geschichten, die ich dann auch ganz gerne mal mache, gerade wenn es zu Beginn der Handelswoche ist, da hat man ja noch ein bisschen was vor sich, aber darauf achten, hatten wir heute Morgen besprochen, werden wir morgen früh nochmal besprechen. Mittwoch ist der 1. Mai, und somit hat der DAX dann zu. Unabhängig von deinem Trade bei Trade, einen Long würde ich halten, bei 12,274 Stop auf BE und unter Tagestief. Waffelt's, giraffelt's, sehr gut eben hier auch nochmal den Gedanken zu diesem Trade. Auch eine Idee, schreibt DAX-Mackt. Genau, genau, das muss man eben selbst auch vorher sich ja immer so ein bisschen entsprechend Gedanken machen. Aber ich würde auch hier jetzt es nicht so schlecht finden, wenn man sowas laufen lässt, gerade durch das Abwärtsmomentum, was wir hier hatten, das hatten wir ja in der vergangenen Handelswoche auch des Öfteren, beziehungsweise in den letzten Tagen immer mal wieder, wenn Abwärtsmomentum aufkam, und wenn das dann so bleibt, schaut mal, Abwärtsmomentum, 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 Abwärtsmomentum. Das haut natürlich nicht immer hin, aber wenn man dann eben das Ding Break-Even-Up-Stop, gut, hier hätte man vielleicht in der Nachtsession nochmal Pech gehabt, aber man hat hier schon durchaus Chancen, dass eben so ein Trade dann eben auch mal richtig schön trendfolgend weiterläuft und das ist das, was ich auch in den Coachings mache, was jetzt, wir hatten ja letzte Woche wieder mit einem meiner Coaching-Schüler eine Privatsession, der hat jetzt mittlerweile 1000 Punkte in einer DAX-Position auf der Haben-Seite, weil er einfach wirklich einen Trade hat einfach mal richtig laufen lassen und in dieser Aufwärtsbewegung sogar noch einen zweiten Punkt, einen zweiten Trade, der ist 500 Punkte vorne, einfach weil er dann auch irgendwann mal gesagt hat, genau aus so einer Situation, wie sie hier heute dann entstanden ist, dass man einfach so ein Ding mal laufen lässt. Das ist eine Idee und würde ich persönlich auch unterschreiben, wenn man mich fragt. Gut, dann schauen wir nochmal ganz kurz auf den US-Markt. Ah, das ist jetzt erstmal, hier ist nicht so viel, passiert nicht so viel. Moment, geht die gerade mal Alarm los. Ja, also hier ist jetzt von meiner Seite noch nicht so viel Idee jetzt hier im SMP. Er kommt jetzt, reagiert er an diesem Allzeithoch, wenn er jetzt nochmal so ein Stück zurückkommt und dann wieder anzieht, dann würde ich es hier vielleicht nochmal versuchen mit einem Kauf. Also hier erstmal ein bisschen defensiv. Euro zeigt mir noch nichts und Gold kommt idealerweise jetzt auch nochmal so ein Stück nach oben. So, das soll es gewesen sein. Machen wir den SMP nochmal und wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich hoffe, ich konnte euch so ein paar Gedanken zum Markt jetzt erstmal Montag hier kundtun. Achtet wie gesagt drauf, am Mittwoch ist der 1. Mai, da haben wir aber morgen ja nochmal definitiv zwei Livestreams, an denen wir uns hören. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann um 8.50 Uhr beziehungsweise 15.45 Uhr natürlich mit dabei seid. In diesem Sinne euch erstmal für den heutigen Nachmittag noch Good Trades und Mega Trading und euch nur das Beste. Bis morgen in alter Frische. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.